Ja, ich bin wieder hier. Warte, 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 warte. Ich mag mal sehen was passiert wenn ich nicht in die Trap laufe. Vielleicht bekomme ich ein Achievement. Ich glaube das wird das Finale dieses Video. Ich dachte nicht dass der wirklich ein Wassergraben hingetan hat oder Acid. Ich habe das nicht geblieben. Ich denke ich kann uns jetzt hier in die nächste Trap laufe. Ich hab das nicht geblieben. Ich denke. Ich habe das nicht geblieben. Das war nicht schlecht. Stimmt. Ah! Offenbar! Ich weiß, ich kann hierhin kommen, aber... Ja? Können wir nur eine Proversion gel? Äh, was? Proversion gel? Nein, 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 nein! Stand hier! Start Maschine! Okay, ich warte mal, weil ich glaube ich bekomme einen Skifind für das, ja. Auch nicht. Oder auch nicht. Sorry guys, aber ich wollte schon... Was passiert? Offenbar! Hast du aber schon! Aha! Idiot! Idiot! Morrn! Morrn! So wie Gladius! Ja? 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 Haha! Was? Versuch mich umzubringen? Öfter? Wie öfter ist das Gladius? Beeindruckend ist! Hm... Ich glaube, wenn ich mir so weit auch rum... Ja? Und du kannst mich nicht sehen? Aha! Ähm... Fotzer! Blöder... Witli hier! Kann mir das doch nicht antun! Wie der war... Freund! Er hat versucht mich zu retten! Böse geworden! Und Gladius weiß ich wenigstens, dass sie böse ist! Besser als Witli! Okay! 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 Und du glaubst du kannst mich auch heilen! So easy dir! Okay! Just do it! Ha! Deftrap! Hi! Hallo! Sie töten dich? Sie töten dich, oder? Sie töten dich? Sie töten dich? Wahrscheinlich! Ich habe es zu glauben! Und vielleicht haben die Turrette gefunden, einen Weg zu benutzen! Das würde erklären, die extrem ruhige Tötung, die ich höre... Stimmt! Wo ist es? Ich bin... Das ist ein Schwungenkör! Das ist ein Schwungenkör! Ha! War das dein Böse? Der Böse? Der Böse? Ah! Das waren die Turrette, nicht wahr? Ja! Nein! Nein! Denn ich habe noch alle Karten! Und du denkst was? Sie sind alle volle Hände! Sie haben eigentlich Karten gespielt, das bedeutet, zu lernen! Insofern! Neue Turrette! Acer-4! Der beste Turret! Unbeutbar! Ich kann es dir vorstellen! Oh! Oh! Ah! Okay! Er hat mich sogar mal gekillt! Das ist nicht schlecht, Weakley! Blauer als ich! Ich habe noch mal gekillt! Ich habe noch keine Karten! Was ist das? So Bund için birktot! Die Rek replete hier! Ok, wie mach ich das? Wie mach ich das ohne mich zu killen? Um... Schauen wir mal. Muss ich da durch? Kinda schuldig. Muss irgendwie da rein denk ich. Aber wie... hmmm ok hier sollte ich nicht hin ich hab keinen Plan was ich machen muss was ist da kann ich auf jeden Fall normal hängen nein 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 mach's nicht nochmal oh ich hab mich wieder umgebracht offenbar ist das doch nicht das finale Video vielleicht vielleicht noch ein kürzeres damit ich habe mich wieder umgebracht offenbar ist das doch nicht das finale Video ich weiß nicht keine Ahnung das 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 was jetzt das 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 hat lange gelernt. Sehr, sehr großer Intellekt. Grüß der Intellekt. Falscher, Falscher, Falscher. Man, das ganze Game war so gut. Und dann das Final-Video. Das Final-Video muss doch auch gut werden. Okay. Das mag ich aber nicht. Oh. Ja, almost. Perfekt. Oh, du kannst mich nicht mehr sehen. Was machen wir als nächstes? Okay. Ein bisschen. Oh, nicht viel. Oh, es hat dich zu töten. Das wäre toll, wenn es dich zu töten. Hallo? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, nein, nur eine Warnwaffe. Ich werde zurück. Wenn du noch nicht bist, werde ich zurück. Warum? Ich habe so eine weiße Warnponsor. Ist die Frage. Nein. was machen wir uns tun? Vamos. Ja. Es sind sehr viele Teile. Das bringt sich nichts. Hier kann ich aber drauf. Das ist gut, das muss ich machen. Ist der irgendwas explodiert? War das der Turret oder was? Ich glaube das sind die Turrets die ja jetzt explodieren. Ja, das ist ein bisschen höher. Ja, der eine war aber nicht. Ja, kommt schon fast. Jetzt bist du auf. Bisschen höher. Okay. Oh. Einfach so rüber. Und drüber schießen lassen. Perfekt. Ja, Perfekt. Easy, please. Ist irgendwas? Ich frage mich warum es da auch solche Teile gibt. Ich würde die Portalgram auf jeden Fall gerne mitnehmen in die Außenwelt. Das ist eine Kammer wo alle Roboter mich anschreien. Das ist gar nicht. Okay. Oh. Okay. Lassen wir das mal. Etwas unsicher muss ich vergern. Ich glaube ich kann aber einfach jetzt drüber. Oh. Und drüber. Fast. Ähm. Was ist das? Ich glaube. Kann ich das Bombenrohr kaputt machen? Kann ich das Bombenrohr kaputt machen? Kann ich das Bombenrohr kaputt machen? Kann ich das Bombenrohr? Also witzig. Wasser? Ah, brauche ich. Achso, nein. Achso, nein. Hm. Anyway. Let's go. Oh. Danke. Wie genau das was ich wollte. Ich weiß schon was ich machen kann. Easy, easy, easy. Und rausgesprungen. Herrlich. Not problema hier. Not problema. Ja wirklich. Aber das Finale war es doch nicht. Nicht so viel ist das Finale. Ciao.